Ich bin Persive King, 43 Jahre alt, verheiratet, Vater einer Tochter und kandidiere für die bremische Bürgerschaft. Ich bin selber Lehrer, ich weiß aus dem Austausch mit Schülern, Eltern, Kollegen, wo es im Bremer Schulsystem hakt. Am meisten ärgert mich am Bremer Bildungssystem, dass wir weitestgehend schlecht ausgestattet sind und die Lehrerinnen und Lehrer nicht mit den Materialien unterrichten können, wie sie sich das wünschen und die Eltern und Schüler wünschen sich auch mehr Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit bei den Problemen, die in Bremer und Bremerhavener Schulen herrschen. Diese Chancen wünsche ich den Bremer Schülern, dass sie dieselben Möglichkeiten und Bedingungen haben wie in anderen Bundesländern. Und mir ist es wichtig, dass in Bremen der Wert der Bildung erhöht wird, dass Bildung an sich ein hoher Wert ist. Wenn Sie auch wollen, dass sich in der Bremer Bildungspolitik etwas verändert, wählen Sie mich. Ich bitte um fünf Stimmen am 10. Mai.